Hallo liebe Freunde der Technischen Analyse, einen wunderschönen guten Abend oder guten Morgen, wann auch immer Sie den Film sehen. Mein Name ist Christian Schlegel, es ist Freitag, der 6. September und wir haben 17.32 Uhr, der DAX-Xetra-Schluss wird noch errechnet. 6. September, nicht dass ich wundere, wenn ab Montag Sie irgendwelche Nikoläuse sehen, tatsächlich ist heute in drei Monaten Nikolaus. So, schauen wir mal hier auf den DAX. Die Aussage der letzten Woche war, dass die Pflicht eigentlich ist der Bereich von 12.100. Das kam hier vom Chart, das kam hier von den FIBO Retracements, das war die Pflicht. Darüber hinaus gab es eine Kürmöglichkeit hier bis zu 11.254. Das hat er noch nicht erfüllt. Zickt ein bisschen, muss ich schon sagen, aber er ist auf gutem Weg. Wenn ich meinen 5-Punkte-Plan hier abarbeite, muss ich sagen, kleidende Durchschnitte, positiv. 10 ist über 20 und die nähern sich auch nirgendwo an. Die Bänder gehen auf, wir schließen über dem oberen Band, das ist auch positiv. Die Bänder gehen auf, das untere, also das der Bewegung entgegengesetzte Band neigt noch nicht sein Haupt nach oben. Von daher ist es auch positiv. MACD, jedes Histogramm ist größer, also auch positiv und ist doch hastig. Gilt zwar als überkauft, aber hat noch nirgendwo auch nur den Hauch eines Verkaufssignals. Widerstände für die Bewegung, in der wir uns noch befinden, ist dieses Gap hier bei 11.254, gefolgt von dem 76,4er Retracement bei 12.284. Ich habe hier im Moment nichts Negatives, gar nichts. Also ich gehe davon aus, dass hier noch zwei, drei Pirouetten dreht und die Kür vervollständigt bis in diesen Bereichen 12.2, 50 bis 80. Rein von der technischen Seite her kann ich dem nichts Negatives abgewinnen. London, möchte ich sagen, beruhigt sich nicht unbedingt, aber zumindest haben die heutigen Nachrichten, die dann kamen vor ungefähr einer Stunde, dafür gesorgt, dass der Markt eher mal wieder ein bisschen nochmal gestiegen ist. Amerika hat einen Widerstand bei 26.910, jetzt sind wir bei 26.804. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir irgendwo hier oben reingehen, das glaube ich nicht, aber ich rechne nach wie vor damit, dass der seine Kür vollendet und wir um die 12.250, 60, 70 stehen werden. Also noch ist das nicht negativ. Ich schreibe das ähnlich so wie neulich beim Film, es ist zum Longgehen, es ist jetzt zu spät, aber zum Shortgehen immer noch zu früh. Ich habe Ihnen ein paar Scheine mitgebracht und da sind auch ein paar ganz heiße Teile dabei. Die hatte ich heute auch im Chat vorgestellt. Das eine ist ein K.O.-Schein mit der Basis 11.838. Die Basen, die ich nenne, sind per heute, das heißt am Montag werden, die sich verändert haben. Ich gehe davon aus, ich habe es nicht nachgerechnet, dass der bei 11.840 steht. Das ist die GB18MA. Ich habe den deswegen gewählt, 11.840, nennen wir mal 40, weil der liegt hier drunter, unter diesem hammerähnlichen Kerzengebilde. Hier liegt er drunter. Das wäre schlecht und er liegt unter der 11.850, an die sich vielleicht erinnern, die also hier immer einen Widerstand darstellte. Von dem Putz habe ich einen, der ein bisschen weiter weg liegt, und zwar hier über der 12.400. müsste auch am Montag noch da stehen, 12.400. Das ist die GA9 TEZ. Der liegt hier oben. Das ist schon ein recht schöner Sicherheitsabstand. Und dann habe ich aber auch noch eine ganz heiße Geschichte. Für die Leute, die, ja ich sag mal ruhig, wie ich dran denken, dass sie vielleicht doch nur bis zu diesem Retracement gehen, 12.284, das ist eine super freche Option, 12.298. GB1 V0C, Open End von Goldman Sachs, im Moment ein 86er Hebel. Also das ist eine Geschichte, den packe ich mir auf jeden Fall auf die Watchlist. Der lebt ja noch und der hat auch noch gut Platz, noch etwas mehr als 100 Punkte. Für den Fall, dass der hier irgendwo, vielleicht bei diesem Gap, 12.254, dass er da stehen bleibt und vielleicht über eine Stundenkerze oder über eine 4-Stunden-Kerze ein Verkaufssignal gibt, dann ist das meine erste Wahl. Das ist ein richtig fetter Hebel, aber das sind die Dinger, die dann auch richtig Spaß machen. So, ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Ach ja, nächste Woche gibt es keinen DAX-Film. Ich bin nämlich ab Donnerstag nochmal kurz weg. Während der Woche mache ich aber noch ein paar. Ich wünsche euch was. Alles Gute. Happy Trading. Fette Beute. Bye, bye. Bye.